Musik 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 Ahem, ja Hallöchen Und ähm Herzlich Willkommen zu Let's Play Ich wollt mir jetzt so schön viel Zeit lassen Vielen Dank, dass du jetzt wieder lachen musstest Dankeschön Habe ich doch was anderes Ne Meine Beine zittan Du hast nen Zitterall Oh, komm Komm Mh 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 Nein Jetzt müssen wir so lange spielen, bis Dings hat Jaja Unten Ich bin erst in der nächsten Runde Wem bin ich denn? Markus Zennox, läuft Ich war wieder mit Nils Ey Nils, geh mal ganz aus der Lobby raus und komm dann irgend Lass mich da erstmal connecten Mh Weißt du mir hier ein Raufzimmer und weißt er wohl selber hier Mh Mh Was? Genau Mh Ja, meine Frage besteht immer noch aus was? Läuft Ah, Markus Markus, wieso denn sie Sniper Ich dachte ich spawn auf der anderen Seite Dann hätt ich da so schön Warum nimmst du jetzt deine Waffe? Weil ich nicht snipen wollte Mh Ne Ne Ne, bei der Klasse glaube ich nicht Oder? Keine Ahnung Das Spielverteidigen Boah, ohne Witz, ich und Nils sind die ganze Zeit in einem Team Wir waren nur nie, äh Ja 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 Boah, ist die Waffe scheiße, Alter Boah, ist die scheiße Wie kann man mit der Waffe bitte spielen, Alter? Ja klar Das ist doch nicht möglich, ey Funktioniert doch, siehst du das? Ey Reini, Alter, was hast du denn da auch für Aufsätze drauf, dass das funktioniert? Loll Boah Alter Ja, im Haus musst du allgemein immer messern, weil da sind immer Leute drin Das ist das, äh, Family House Boah, lang gedauert Aber eins, das hat doch noch abgegeben Ja, ja Ich komm dich doch nicht Ich mach das jetzt einfach mal so So, jetzt kommt mal mein Versuch Das geht nicht, geht nicht, geht nicht Weil ich hasse es, wenn Spieler ganz nah aneinander laufen, und du packt das so rum Ja, man fickt Einer weiter Ja, noch einer? Das sind zwei Leute Hab ich grad Klette gemacht? Ne Ne Scheiße Boah Boah, die Mord nicht wirklich Die Hure frisst immer noch Das ist doch nicht ihr Ernst Ja, der nächste von hinten, Alter Wem wäre jetzt da zu drück gewesen? Ja, ich sag das Was, da rennt der mir hinterher? Wut? Leuuuut 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 Was war das? Nein Nein Hast du jetzt 12 Runden reingemacht? Ja Ja 12 Punkte Ist das nicht die EMR, die du hast? MK 14 MK 14 siehst du doch unten rechts Äh, ne, 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 weil sie aus wie ein Battlefield... Wär's jetzt noch anders Äh, nur noch, äh, Einhard Oh, okay Wohl eher Raven Brake Der hat ein Team besser gemacht, Alter Verdamm..... Wie schlecht ist mein Team eigentlich? Ne, was? Am Ende gewinnen wir ja sowieso wieder Nils, nicht nur so Na du und ich, ja wo, wo, what? Wie war das hier mit Runden? Na du und oh, was? So, okay, ich dachte wir haben uns gegenseitig geblieben. Wie hab ich denn das Auto getötet? Da rennt er erstmal gegen das Auto. Oh, Frankreich fehlt 1-0. Gegen wen nochmal Brasilien? Ne. Brasilien war ja glaub schon, ne? Ne, war Brasilien schon? Ja, erstes Spiel. Stimmt, da war ja irgendwas. Ja, aber Dings war geil. Spanien, Niederlande. Oh ja. Boah, habt ihr dieses eine? Habt ihr dieses eine? Scheiße. Da liegen zwei oder was? Was? Ne. Einer, oder? Da kommt einer hoch! Hä? Weißt du? Ich war schon um ne Ecke. Dann war der andere im Plumenteil. Boah, ne, ich hab ihn nicht sehen. Ich hab hier keine Schnitte, irgendwas zu weisen hier. 0-4. Das ist doch nicht wahr! Was? Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Guck dir das jetzt mal bitte an! Ich stelle mich jetzt in die Baseball gar nichts mehr, da bin ich produktiver. Nimm einfach, nimm einfach mal irgendeine Scheißklasse, dann wird das wieder was. Dann kackst du vielleicht die ersten Runden ab und dann nimmst du wieder deine gute Waffe. Unsere Aufklärungsdrohne ist online! Ah, Aufklärungsdrohne! 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 Jaja, Aufklärungsdrohne! Aufklärungsdrohne! Das gibt es doch gar nicht, Mensch! Doch, bei Holla! Ey war das Product Placement? Ja, Product Placement. Nein, der Sniper da oben! Was? Ja, du hast ne Sniper. Ey Sven, da ist es nicht! Oh Gott, Alter, wir sind so schlecht. Ich will, das ist ne Sturmgewehr. Guck dir das doch mal an, Alter, weißt du... Ja, aber es ist eigentlich ne Sniper, Automatt. Ne, es ist ne Sturmgewehr. War von der realistischen... Es ist ne Einzelschuss! Google MK14, ist kein Schuss. Wow, 05! Nüchtern, der C-Richter! Keine Ahnung. Boah, Nils, komm, was geht mit dir ab? Ich weiß es nicht. Achtung! Nicht aufnehmen, hast du... Sterb doch! Das ist doch ein Witz, verdammtes Scheiße, Mann! Wie hast du jetzt Vorräte gekriegt, Sennungs? Ja, ich bin ja gut. Weißt du, rennst schon so schnell wie geht und dann kommst du da noch einer hinterher, oder was? Meine Frisse, Alter! Ich hab das gleiche Kirk wie du drin. Du hast gut erholt. Aha! Deswegen, weil... eigentlich war ich ein bisschen schneller. Deswegen wurde er mich... Wo? Da! Ich hab einfach nur gesch... Geschütet, genau. Schossen. Ja, aber wieso kannst du so schnell da sein? Das ist ja die Freude. Weil ich Ex-Sprint-Dinger drinne habe. Ja... Boah, das gibt's nicht! Da kommen sie jetzt für zwei! Da kommen ja da! Ja, zur dritte. Von Namen und Zeit euch. Ich wusste gar nicht, wo du bist. Ich bin einfach mal dahin gerannt, um zu gucken, wo da war einer. Ja, klar weißt du nicht, wo ich bin, sonst würdest du hacken, wenn du dahin rennst, weil du weißt, wo ich bin. Ne, Village hat man, glaube ich, auch, ja, schon. Wir müssen uns mal die DLCs holen. Ja, genau. Aber die gibt's immer noch für 15 Euro, das ist das Problem, ne? Kann nicht wahr sein. Zwei Hits, wie viel Schaden macht das? Ein Hitter müsste tot gewesen sein. Wie Markus da rumgabbeln! Ich wollte mich erholen! Guck dich nach links und rechts. Komm, Mauini! Ja, sauber! Geht doch! Jetzt läuft's bei dir, wa? Boah, Alter, ich dachte grad da, ich höre, ich höre hier grad so jemand rumlaufen beim Nils und dann war das so. Zennox wollte ich grad schon sagen, ah! Du dir! Aber nein, das war das, Zennox! Sauber! Ja, die Waffe ist richtig kacke, weil die so viel Schaden macht einfach. Ja, aber Headshot! Ja, dafür ist das mal... Ja, das war... Ja, das war... Ja, die Waffe ist richtig kacke, weil die so viel Schaden macht einfach. Ja, das ist der Einzelschuss! Ja. Läuft! Das war ein Headshot, oder was? Das war ein Arm-Headshot! Nein, der, der, der wurde durch den Arm durch die Arterie nach oben gewandert. Ja, der Knochen hat die Kugel abgeleitet. Das ist genau ein Ziel. Als wenn Call of Duty sowas brechen würde. Klar. Natürlich. Ja, Call of Duty ist das... Call of Duty ist das Relife-Ding. Das ist genauso, wie sie die Fisch-KI eingebaut haben. Ja. Fisch-KI... Ey, weißt du, dann kommst du da sofort um mich. Aber Marco... Wie lange hast du denn bitte deine Base gegimt? Stimmt, wir müssen mal irgendwie, wenn es so Ghosts so gratis gibt, dann haben wir so ein Wochenende und ihr das dann habt, müssen wir echt mal so, äh, das Fisch-KI-Let's-Play machen! Ja, Fisch-KI-Let's-Play machen, wenn das nur um Single-Play ist, du Ei. Das ist mir egal, da gibt's bestimmt irgendwo einen Bach, wo ein paar Fische rumschwimmen. Ist doch wohl... Es ist zu... es ist immerhin... es ist immerhin Ghosts, okay? Das sind die crazy-Chicken-Notes. Ja. So Team, go, go. Oh, fuck! Hey, ganz ehrlich, ist die Witz. Er duft sich nicht, Mann. Mein... Oh, leu. Ja. Ich bin jetzt rausgeswitcht. Wir werden... Markus, was wart ihr nochmal? SAS? Äh, innerer Kreis. Okay. Innerer Kreis, ey. Ja, das heißt so. 1-8. Oh, Mann, oh. Mann, das gibt's nicht! Ich hab A gedrückt! Was, ey? Na, Mann. Messer, nein! Aber nicht mit mir, mein Freund! Du schluckst nix, wer hier! Ich hab auch noch ne Blende von der Harte. Ja, ja, das war meine. Ah, das hast du nicht gemacht. Oh, ist nein. Jetzt komm, Nils, streng dich an! Ja, weißt du, wenn der andere mal um die Ecke rennt, sofort... Oh, ich will zu 300 Team, Alter, ohne Witz! Das Thanksgiving notice, so haben wir mal, wieviel folgend mit aufgenommen. Das ist die Fälle oder Fünfte. Und... na ja, das ist beste protein.. Geh du doch da weg! Geh du doch da weg, und es besser può sichú zu zwischen! Das geht das einfach nicht! Völligung. Oh. Seid ihr dann hab ich nicht gesehen? Naaaaaaaaaaa! Bleu? Oh, ne çae! Wie gay seid ihr denn eigentlich? Neeeeeech! Ich hab mal voll geflasht, Alter! Oh Gott! Der wechselt die Waffe nicht! Ich drück auf 2! Nö, ich schieß noch mein restiges Magazin raus! Ooooooh! Was soll der Oka-Fix geschehen? Baaah! Der Fernseher ist auch immer so laut! Nerven mir die Grantham noch selber vor und ich fresse, ey! Oh, da war eine Ecke! Bei, äh... Ja! Ey, wo konntest du denn? Er hatte mehr Muni als ich! Boah, das gibt's doch gar nicht! Mann! Boah, ey, da leg das ich hin, da leg ich mich hin! Und da gibt er mir nen Headshot und... Komm's ruhig, Markus! Doch! Das war grad geil synchron, Alter! Das war grad geil synchron, Alter! Boah, ey, ganz ehrlich, diese kacken Map, Alter! Ja, die kann einfach nur aufregen! Die kann einfach nur... Nein! Okay, lass mal denn das spielen, ne! Und nicht nur die! Nee! Weißt du, immer nur die Maps, die ihr wollt! Dann spielen wir nächste Runde eine, die du möchtest, okay? Ja! Ja! Kalt! 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 Sauber! Und jetzt gibt's irgendwie nen Bug und Sennax Filetivor bitte schon! Jo, das ist mehr! Ja! Wui! Kommt so n'n Hacker nachgejoint und töten uns alle! Alter, 1,10! Ich bin der 4! 3 zu 9! Jetzt kommt Nils Pack und in ne Noob-Klasse rein, oder? Nein, wo mir nur richtig abgehe ich! Das Problem... Nein, das Problem ist, ich komm mal um die Ecke, ich krieg immer sofort einen rein! Ich weiß nicht wieso! Dann Kalt! Setz dich in den... Setz dich in den... Spring in den Brunnen mal rein! Spring einfach in den Brunnen rein! Ich geh jetzt aufs Klon, die Kacken! Besserte Aufklärungsstronen! Besserte Aufklärungsstronen! Ey, danke! Komm, du nimmst doch wieder rum! Ey, was bist du für ein Klappen! Nee, nur am Gimpen! Weißt du, was willst du denn gegen Camper machen? Ein Seltwerk hau... Ö, ein Seltwerk klauen! Schlechter Witz! Total schlechter Witz! Weißt du, ich sag was gegen Campen, sofort guck ich da in so ne Sicht rein und sehe... Mäh! 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 Und dann... Loll! Wir sind denen noch erwischt! Das war Netzwerk! Ja... Wirke! Wo? Der ist in dem Haus da drin! Regt sich wie ein Campen auf! Ja, ich bin letzter! Ich... Äh... Hallo? Ich bin letzter? Ja, aber Überlebende! Soll ich mal sagen! Wieso war Markus schon wieder der letzte Überlebende? Weil... Weil... Keine Ahnung, weil ich da nicht irgendwie viel drauf war! Ja, wieso bist du bei mir immer so fokussiert? Das verstehe ich! Weil er in allgemeinen Hass ging nicht wahrscheinlich! Das ist Cyber-Mobbing! Er hat nen... Er hat nen... Er hat nen automatisch Erfass-Hack an Nils! Dich erfasst er an... Nils zum Meter! Genau! Nils zum Meter! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Dann... Dann sagt er mal Nils! 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 So! Ui! Teebecken! Pein auf alles! Boah! Oh! Oh! Weißt du? Egal! Pfff! Ey komm, du hast ja grad zwei gekillt! Jetzt reg dich nicht schon wieder durch! Ich reg mich auf doch! Boah! 1 vs. 1 ist es! Ja! Komm wieder! Wir haben die Bombe hier! Phil, ich klau dir gleich dein Zelt! Jawohl! Jawohl! Sehr gut! Ich hab ihn nicht gesehen! Ich dachte, das war so ne Toppflanz hier oder so! Ich guck erst mal so! Oh, da ist er ja! Aber das, wenn du nicht seh'n! Der ganz hält! Aber die hätte ich auch nicht gesehen sofort als Toppflanz! Toppflanz kommt hin! Ja! Bill, ich muss mal zum Friseur, glaub ich! Alter, Toppflanz! Jaja, du musst echt mal zum Friseur gehen! Ich hab schon viel bessere ausreden gehört, ey! Du bist ne Toppflanz, offiziell! Approved, ne? Jo! Guck mal Nils, läuft doch schon wieder bei dir, oder? Nö! Hä? Nein, ich hab doch gelässert! Hast du aber nicht da! Hab ich getroffen! Ich hab mich einfach so im Kreis gedreht! Ich hab mich einfach so im Kreis gedreht! Warum kann ich grad nicht drunter laufen, auf einmal schlecht! Boah! Echt? Aber ich dachte grad echt jetzt, Sven, du siehst ihn nicht! Aber das war dein Teamkamerad! Boah, die Säulen sind scheiße da, ne? Wir sollen nicht wegschauen! Ohhhh! Eigentlich hab ich dich schon angeschossen gehabt, aber du hast nicht zurückgeguckt! Nee, weißt du, dann denkst du, da kommt noch ein anderer da rumrennen und dann... Die Scheiße! Kackt wie die Wand an, ja! Suchen und zerstören! Ich will die Bombe nicht haben! Ja, danke, dass ich sie jetzt aufgehoben hab! Naja, ich hab wenigstens 11 zu 12! 11 zu 12! Ach, das ist echt jetzt! Mhhh! Ja, Kumpel! Ey, oh, lach! Das war lach, aber du hast irgendwie aufgehört zu schießen, verstanden! Ich hab nicht aufgehört zu schießen, nein! Nur, wenn man den Maus noch links zuckt! Warum auch immer, ich hab keine Unterlagen! Blut! Jawohl! Ich hab den Knife! Na, ganz ehrlich! Der ist in dem scheiß Haus da drin! Krieg ich nie mehr Assist dafür! Sauerneife! Ich war ja wieder regeneriert, ne? Pass auf! Der LKW ist böse! Achso, komplett schon! Ey, diese Waffe, die du da hast, die krieg ich einen Raster drauf! Wie meinst du denn jetzt? Oh! Jetzt Ruhe! Nö! Ich hab nichts gesagt! E, M und M, P! Hm! Was soll ich davon halten? Das ist was du am besten weißt! Sehr gut! Wir waren deine große Hilfe! Na, Markus geht das ab! Ich muss, ich muss Sven von den Punkten noch einen und einen! Oh, Markus hat mich überholt! Das ist nicht so gut! Warum ist ja egal! Ich will es wieder ein Team! Nö, das ist gut! Ne, die 30 Punkte da! Wir holen langsam auf, ne? Siehste! Wir sind konzentriert und passt schon! Dafür hab ich ne Überraschung für heute! Euch! Unsere Aufklärungsdrohne ist online! Unsere Aufklärungsdrohne ist online! Feindliche Bodenluftrakete entdeckt! Loll! Ja! Neein! Ich hab daneben gemessert! Hä? Ich bin einfach an ihm vorbeigelaufen und hab dann gemessert! Sauber! Bob, seid ihr denn beide gestorben? Riny und Dings? Riny! Keine! Riny! Riny! Was soll ihr denn machen hier? ja im Weltall Reinhardt auch in der Ecke den habe ich weggerotzt und Maury Nietz hat glaube ich einen weggenotzt und ich hab nur Köder gespielt ach so ok meine offizielle Aufgabe für Köder ach so ist es so ok wir sind boah was geil wär Vito und TTT so diese Welt äh Bumbelder wo ich der Waffe ach puh Mitte Platz ich wollte ja durchgucken du warst bei diesem Tor aber Phil, warum bist du jetzt immer so gut? vorher warst du nicht ganz soo gut weiß ich auch nicht guck mal da ich wollte die ganze Zeit durchgucken Alter, was hast du da versucht? ja ich hab da durchgucken weil wie du hilfst dann geht es schneller dann kannst du da bis mal durchgucken du bist da durchkommen da wann durchgucken ja ja die sich auf euch gegenseitig hier schießt die Hühner durch da frisst er wieder wie ne fort ähm ja oh fuck da war Sven Alter da ist noch einer hm nein nils du machst das nils nils ja der gammelt da noch da ist glaube ich gerade afk nils ist eine Topf Pflanze Nils ist afk nils ich glaube der ist afk der wackelt die ganze Zeit nicht mal mit seinem Ding um der lässt seine Eier schwingen nicht dein Ernst wenn du nicht rumrennst ganz ehrlich du musst jetzt nur warten bis der plant da lags äh ne da lag sogar die Bombe rum du hättest also einfach nur die Bombe bekämpfen müssen das war auch was ich hab genau das weg gelaufen das war mein Glück so boah alter das ist ganz schön knapp ne merke ich gerade 8 zu 11 wir haben die Bombe Vorräte unterwegs boah mega geil alter oh shit komm dann überlebst du auch noch so behinderte in April verstehe ich nicht irgendwer schießt ja auf mich hm sind die alle 3 ne wir haben nur noch einen das heißt wir sind zu dritt und müssen einen ja Marc ist auch na super hättest doch messern können gerade oder ne ne ja ich hab's ja auch gehört ich wusste ja dass du da oben rumkämpst ja das war es dann wohl mit der runde ist die runde müssen ganz schnell beenden die will ich vergessen ich will damit nichts mehr zu tun haben tschüss